Wie geht's jetzt? Nicht schrecklich, ey. Dein Ernst? Dein Ernst? Jawohl, stumm. Also ich warte auf andere Spieler. Geht. Nice. Aufnahme läuft. Flüssig, ich kann flüssig zocken mit Aufnahme. Wo sind die Zombies? Ich will die Zombies, da. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Ha! Oh, Zombies, komm rein! Erste Runde, Zombies, komm schon rein. Aha. Sieh. Erste Runde, du lässt dich und keine klingeln. Hey, 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 hey. Du darfst das zu Ende bauen, ja? Du darfst das wieder aufbauen. Das erlaube ich dir wenigstens, ja? Also... Warte, ist das Schnellschuss? Nein, ich will... Ah, doch, 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 die will nicht. Runde zwei. Ach, die... Manchmal könnten wir die noch leisten. Lass sie reinkommen und leisten. Nein. Doch. Nein, das ist voller Dreck. Ja, dann lassen wir bitte ein paar, Mann. Wolltest du uns hier rauskaufen? Och, nicht schon wieder. Hallo, wo sind die? Ich höre irgendwo welcher. Ach, da. Ach ja, du willst ja auch noch Kills machen. Sag mir einfach nur... Hier, komm, hier. Hier. Hier sind viele. Dann mach ich die. Oder was war das? Was ist das denn übergeschrieben? Das war doch nicht. Ha! Ich wusste doch, dass da RRR steht. Ich hatte es im Urin. Kauf mal die Tür auf. Nein, noch nicht. Warum nicht? Weil wir letztes Mal, als wir die Tür aufgekauft haben, sofort verkackt haben. Ja, aber nicht sofort, aber trotzdem nach ein paar Minuten. Ich bin jetzt rund 12 oder so gekommen. Runde zwei. Weihnachten. Okay. Pass auf, Boden ist aufgerissen. Ah! Spaß, Alter. Hey, weißt du, was ich echt hoffen muss? Warte mal, kann ich erstmal wieder zumachen hier? Ey, Spacko, weißt du, was ich hoffen muss? Hm? Ich muss hoffen, dass... Oh, yeah. Nein, wir neifen nicht. Nein, wir neifen nicht. Nein, hinter dir! Komm, den lebt mich einfach wieder. Komm, los, komm! Stimmt, hab ich voll vergessen. Machst du das? Ja, oh! Bitte! Oh, mach die Fenster zu! Oh! Oh, ja, das ist gut. Oh, ja. Oh. Das tat gut. Ah, wir haben ja noch... Ah, jetzt nicht mehr. Ich würd grad sagen, oh, wir haben ja noch Instacill. Kaufe mal jetzt auf. Ja, sofort, okay. Sofort, sofort. Hops! Ach, komm! Wegen der mich ins Feuer geflogen. Hey, du kannst selber aufkaufen, Junge! Nein! Du hast mehr Punkte weg. Oh, das kann ich jetzt aber nicht aufkaufen. Du darfst umkippen. Ihr dürft alle umkippen. Ich erlaube es. Ach, das ist deins. Cool, ich hab ja okay. Nice. Stieb! Alter. Ah, happy. Ach komm, der war eh schon so gut wie tot. Fuck. Nachladen. Halt, 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 komm noch... ...züßte Inputing. Oh, ich hab scheiße. Ich hab Typ... Typ 25. Nein. Hä? Typ 2. Ja, die verzieht denn die Modus irgendwie mehr. Das war viel mehr. Einfach mal sanieren, wenn wir irgendwo wie schlafen. Stimmt, wir haben ja Ganaten. Ah! Ah! Du willst ja genau auf mich! Neu! Du hast dich die ganze Zeit nur ganz knapp an mir vorbeigeworfen, ja? Ähm... Das war nicht mehr. Alter, lass mir Clip so lange den Shotgun ab. Boah! Das mal zwei. Oh, ich sehe nichts. Ah! Wiener. Maximale Munition! Juhu! Nice. Hm, ich glaub, wir kommen nicht so weit wie letztes Mal. Naja, außerdem kommen wieder die... Ja. Ich mach mal auf. Ich will dann nächste Runde auf. Willst du... Aua! Willst du taktisches Messer? Ne, ne, ich kann das auch gar nicht nehmen. Ah. Das kannst du nicht nehmen. Für die. Wie macht das One-Hit? Nein, du meintest ja, dass das noch länger One-Hit macht, wenn man da mit Messer hat. Ja, mit Messer. Also normalerweise noch One-Hit zu schießen. Okay. Hat das für mich nicht mehr mit Messer. Bah! Okay, das macht jetzt noch nichtmals mehr One-Hit, also... Auch meine Schotten laufen, ja. Aber Messer werfen macht One-Hit. Ich muss auf jeden Fall da gleich auch dran. Ich hab' ne'n Acht. Was? Ich hab' ne'n Acht, denn... Nice. Dann kommen viele Zombies und dann... ...dann drehen sie weg. Aber ich weiß nicht, wie ich den Acht bin, der hat. Auch vier, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warte ich hier, aber... Oh, scheiße. Ne Dreischusswaffe. Die ist aber nice. Wirklich? Also, die Dings könnte sich jetzt mal ein bisschen beeilen. Ich wurde angestopst. Ähm. Wow! Alter. Ich renne da erstmal so über einen Zombie-Kopf, der gerade aus dem Boden rauskommt. Wow! Wow! Alter. Treib nicht. Boah. Die Maus stört... Guck mal, guck mal, guck mal den Zombie an. Er kriegt. Und ich bin down, ne? Ja, hab' ich gesehen. Wow! Stütz mich? Ja, ne, da kommt noch keiner. Nein, hier kommen nicht gerade irgendwie voll viele. Holy shit. Autsch! Ja, ich liege. Hey. Ah, sind das Flieger. Ja. Ja, okay. Ähm, dann sehen wir uns bei der nächsten... Das nächste Mal. Bis dann. Ciao.